Das Schuljahr ist zu Ende und wir wollen Danke sagen. Danke für all die Zeit, die ihr mit uns verbracht habt. Ihr habt diskutiert, Fragen gestellt und Kritik geäußert. Lieben Dank an die gesamte Schulgemeinschaft für das Meistern des doch nicht so ganz so einfachen Schuljahres. Vielen Dank an die gesamte Schulgemeinschaft für den tollen Einsatz in diesem Schuljahr und das Durchhalten in diesem besonderen Jahr. Und nicht zuletzt der Schülerinnenhaushalt ließ euch an der Schule teilnehmen und genau das habt ihr gemacht. Nicht nur jetzt, sondern das gesamte Jahr und dafür müssen auch einmal Danke gesagt werden. Dabei ist bestimmt nicht immer alles perfekt gelaufen, aber trotzdem haben wir zum Beispiel unser Motto Wir sind Kant begründet, den Demokratietag ins Leben gerufen oder mit der GSV die Schule gestaltet. In den 80er Jahren wurde ich mal gefragt als Lehrerin, wovor ich am meisten Angst habe. Und die Frage bezog sich auf Kriege und gefährliche Situationen. Meine Antwort damals war vor allem Virus, was die Menschheit in den Griff kriegt. Wer hätte gedacht, dass das nochmal Realität wird. Das hat uns alle ereilt. Wir haben jetzt anderthalb Schuljahre mit diesem Virus verbracht und es ist Zeit für ein Dankeschön. Ich bedanke mich auch als Vertrauenslehrerin und als Fachlehrerin für Geduld, für tolle Leistungen, auch von zu Hause aus, auch wenn das schwierig war für alle. Aber es sind also bei der Mehrzahl der Schüler ganz super Leistungen erbracht worden und das ist ein riesengroßes Dankeschön wert. Danke muss auch gesagt werden für die über 200 Abonnenten auf YouTube. Die 650 Follower auf Instagram und die tausenden zahlreichen Zugriffe auf unsere Inhalte, egal auf welcher Plattform. Und nicht zuletzt auf unseren TikTok-Kanal. Alle Social Media Plattformen, auf denen wir vertreten sind, sind natürlich unten verlinkt. Folgt uns sehr gerne und verfolgt uns auf unserem künftigen Weg. Ganz besonders möchten wir unseren Lehrern danken. Trotz der Einschränkungen wegen der Pandemie haben sie uns durch Flexibilität und Ideenreichtum ein gutes und lehrreiches Schuljahr ermöglicht. Auch ich bedanke mich für den flexiblen Umgang mit den teilweise kurzfristigen Veränderungen innerhalb der letzten Wochen und als Rolle des Vertrauenslehrers auch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich freue mich, dass ihr alle gut durch diese Zeit gekommen seid und wünsche euch die richtig schönen und verdienten Ferien. Und deshalb danke Kant. Danke für dieses Schuljahr. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr hier unten unsere Playlist unserer 2021, wo alle Videos aus dem Schuljahr drin sind. Hier oben gibt es das Video Wir sind Kant. Könnt ihr auch gerne anschauen und dann könnt ihr uns hier drüben noch abonnieren und am besten aktiviert ihr noch die Glocke, damit ihr auch im nächsten Schuljahr nichts mehr verpasst.